Und damit herzlich willkommen zurück, jetzt bei Part 3 von Call of Duty Ghosts. Ganz vorsichtig jetzt. Oh ja, hier sollten wir wirklich vorsichtig sein. Scheiße. Ist klar. Okay, ein bisschen schneller hier, damit wir hier wegkommen. Kann ich dich nicht da runterschubsen oder so? Ja, Riley ist alles gut. Okay. Okay. Ich sehe zwei Ziele voraus. Sie sollen sich trennen. Den Namen zuerst ausschalten. Okay. Okay. Wo ist der andere hin? Versuch seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Ein bisschen bellen hier ist immer gut. Ich würde ja gerne vom Dach wollen jetzt springen, aber das macht er wohl nicht. Den schnappe ich. Den schnappe ich. Der arme Hund. Egal wohin wir uns folgen. Ach so. Das durfte nicht passieren. Okay. Ich sehe zwei Ziele voraus. Okay, ich sehe schon. Sie sollen sich trennen. Der andere jetzt ausschalten. Habe ich schon. Wo ist der andere hin? Versuch seine Aufmerksamkeit zu kriegen. So. Das wird er jetzt ausschalten. Dann muss ich mir einfach nur hier versteckt bleiben. Wahrscheinlich. Den schnappe ich mir. Ja, mach. Okay. 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 Das sind noch zwei Stück. Drei. Warte. Ein Scharfschützer auf dem Balkon. Der gehört mir. Der da. Okay. Okay. Zuerst die Wache ausschalten. Die Wache? Habe ich. Jetzt den da. Oh, der Hund ist ganz so schnell. Alles sicher. Gut. Und jetzt? Ah, jetzt kann ich sie weitermachen. Okay. Okay. Da hinten sind noch welche. Vor mir hin. Dann mach mal auf einer. Oder warte. So. Wie sieht aus wie unsere Leute? Alle tot? Sicher. Mir nach. Ich habe Riley einges Austin. Tut mir leid. Da läuft einer. Schieß noch ab. Kontakt vorne. ja ja entdeckung ist gut was machst du da erinnert einfach dahinter und sagt mir soll in deckung gehen ist klar der hubschrauber ist irgendwo das wird nicht ganz so günstig ah ja wo ist denn der da oben ist er so ist da noch einer das ist der richtige ort da ist noch einer Stalker 6 wir haben hier was sieht aus als würden sie sich durch die Trümmer graben gib mich jemanden gekommen was denn für Trümmer stoßen auf Widerstand aber wir schlagen uns durch ja ja 30 meter noch mehr da da ist noch mehr noch laden ok machen die alle fertig wir zwei hier wir sind halt Ghosts der lebt ja noch wenig munition ich sollte mal so eine andere offen nehmen glaube ich ich hoffe es scheiße geht auch nicht in mein weg ganz gut ich bin tot verdammt shit 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 wow na nein ich bin tot verdammt mit der waffe muss man zu oft nachladen ups aah ach so wir waren auch nicht so weit dass die hier noch den leben noch ok verstehe keine andere waffe dabei doch die handfeuerwaffe die reicht doch auch um jemanden zu erschießen ja er ist tot ich bin 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 tot Na komm, wo ist denn der letzte? Opsa, du gehst schon mal da rein Wir beeilen uns Oh, 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 oh Nein, nicht nochmal Ich bin einfach zu schnell gerade, zu schnell will ich ja durch Okay, können hier weitermachen Ja, wenn wir uns beeilen, genau das ist das Problem Die habe ich Brauche eine andere Waffe, hilft ja nichts Hat keine, super Die Scheißwaffe Hm, besser Tada, einen Bagger haben die hier, geil Schön, hier ist schön glatt, hier rutscht man wirklich schön den Weg runter Die Spuren sind frisch Sie sind wohl hier lang Okay Die Fahrzeuge nähern sich nach rechts Sehr harte, sie sollen passieren Die sehen uns nicht, ne, ne Sogar der Hund duxig, wie geil Auf was So, macht das der Riley, genau Ja, wir sind Ghost, die schleichen uns ein bisschen an Und jetzt Sogar haben ein riesiges, freundliches Lager genau vor uns Sogar, schießen wir was Ja Mit Riley synchronisieren Und los geht's Okay Okay Der Schäferhund fällt überhaupt nicht auf, wenn man den hier so durchschleißt. Der Schäferhund ist echt gut Und jetzt? Da weiter oder was? Okay, wir sind drin. Mal sehen, was hier vor sich geht. Ich schütze mich nachher dran. Außer Sicht bleiben. Du hast einen der Wachen alarmiert. Ich bleib hier sitzen. Werden die Wachen mich irgendwann wieder in Ruhe lassen oder? Ganz vorsichtig. Hier sind drei Leute oder sowas. Das ist die Kurale. Zu viele Leute hier. Okay, wir rücken vor. Okay. Und jetzt? Wohin? Wir sind überall wachen. Überall. Ist nicht genug Gras hier. Ich muss ja noch 39 Meter in die Richtung. Wo ist der? Steht da dumm rum. Okay. Das ist zu nah. Es ist alles zu nah hier. Was mach ich denn für Geräusche? Noch 28 Meter. Noch 28 Meter. Der Typ auf dem Anhänger. Siehst du ihn? Zoom heran. Mal sehen, was hier los ist. Wo soll ich ranzoomen? Woran denn? Aber was denn? Anhänger. Ich seh keinen Anhänger. Da. Hast du die Maske von dem Kerl gesehen? Wie schön, dass du hier bist. Nee, hab ich nicht. Was ist los? Man könnte mal aus deinem Geist gesehen. Von mir erfährst du gar nichts. Das ist wirklich zu schade. Nee, du hast doch nicht geglaubt, dass ich es dir leicht mache. Oh nein. Wir beide haben wirklich viel nachzuholen. Okay. Bringt alles zur Feuerbasis Charlie. Und ihn auch. Operation Heimkehr fährt wie geplant worden. Feuerbasis Charlie. Operation Heimkehr. Viking, wie lautet eure Position? Die Jungs haut mal besser rein und kommt, sonst bleibt ihr hier zurück. Verstanden. Sind auf dem Weg. Markiere den Sammelpunkt. Und wie? Hol Riley da raus. Wir treffen uns am Ausgang. Okay. Soll ich es wieder rausholen, ne? Versuch es. Leite Riley zum südlichen Sammelpunkt. Südlich hätte ich eine Karte, dann würde ich sehen wo südlich ist. Ich glaub mal dahinten wo die Meta-Anzeige ist, ne? Außer sieden bleiben. Auf der Seite der Bahn alarmiert. Vor der Seite. Aussteigen. Aussteigen. Oh shit. Guter junger Reiz. Guter junger Reiz.